Ich freue mich schon eine ganze Weile, das heutige Video zu drehen, denn endlich kommen Sachen zusammen, die einfach zusammen gehören, nämlich Paypalas NGX und Obsidian. Wer diesem Kanal schon etwas länger folgt, der ist auf jeden Fall schon im Bilde, was Paypalas NGX ist. Zu Obsidian habe ich vor einer Woche ein Video gedreht und außerdem einen übereinstündigen kostenlosen Videokurs veröffentlicht. Den Link dazu findest du wieder in der Videobeschreibung. Und in diesem Video wird hoffentlich ganz deutlich, warum ich schon seit längerem genau Tools wie diese propagiere auf diesem Kanal, weil sie nämlich unglaublich anpassbar sind und ineinander greifen. Und in diesem Video heute wollen wir einfach mal diese beiden Tools zusammenbringen und schauen, warum ich diese Tools überhaupt ausgewählt habe, schon vor langer Zeit und warum sich das jetzt auszahlt, indem solche Integrationen einfach sehr, sehr leicht machbar sind. Los geht's! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Digitalisierung mit Kopf. Mein Name ist Stefan Lachner, ich bin Ingenieur und Gründer und auf diesem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema Produktivität, vor allem digitale Produktivität, papierloses Büro und so weiter. Wenn du dazu keine News mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall gleich mal diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke, dann verpasst du auf jeden Fall keine Updates mehr. Und in diesem Video hier werde ich dir zwei Sachen zeigen. Erstens, wie du Dokumente aus Paypalas NGX in Tools wie Obsidian, Notion, OneNote und so weiter verlinken kannst. Das ist also was, das ist wirklich unabhängig von dem Tool, das du nutzt. Und zweitens, und jetzt kommt eben wieder diese Magien-Anführungszeichen dazu, wie du Obsidian dazu bringen kannst, Paypalas NGX direkt einzubetten, ohne also in den Browser wechseln zu müssen. Das wird also richtig cool. Fangen wir also mit der einfacheren Version an, nämlich erstmal einen Link aus Paypalas NGX zu einem bestimmten Dokument in Obsidian einzufügen. Das ist jetzt hier also meine persönliche Paypalas NGX-Installation und ich habe jetzt hier mal auf den Tag Seitentrenner-Test gefiltert. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das war das Video, wo ich euch erklärt habe, wie man mehrere Dokumente auf einen Rutsch scannen kann, indem man sie eben durch Seitentrenner trennt. Das sind also die zehn Dokumente, die wir jetzt hier sehen und davon wollen wir jetzt ein paar einfach mal verlinken, dass wir sie zum Beispiel aus einer Testnotiz heraus öffnen können. Und jetzt kommt der eigentliche Trick an der Sache. Ihr habt ja unterhalb von so einem Dokument immer drei solche Buttons. Einmal den Editier-Button, einmal den Vorschau-Button und einmal den Download-Button. Und wir brauchen genau den Vorschau-Button. Wir machen also hier auf so einen Vorschau-Button mal einen Rechtsklick und kopieren uns diesen Link. Also wichtig, nicht beim Download-Button, sondern beim Vorschau-Button den Link kopieren. Und dann wechseln wir rüber zu Obsidian oder zu eurem Notizentool eurer Wahl, um diesen Link einzufügen. Ich habe das jetzt hier eingefügt mit, das funktioniert mit Command-K bzw. Steuerung-K. Dann kann man dem Ding einen Namen geben, zum Beispiel Test-Seite und dann in die runden Klammern, da kopiert man dann den Link rein. Macht, weil ich nicht möchte, dass der Link zu meinem Paperless NGX öffentlich kursiert. Deswegen seht ihr nicht den ganzen Link, sondern nur eben Dokument 7. Und was passiert, wenn ich jetzt hier auf Dokument 7 draufklicke, das ist eben das Spannende. Ich kann jetzt zum Beispiel von Obsidian aus an der Liste von Dokumenten zu einem bestimmten Thema zum Beispiel, die ich relativ häufig aufrufe, kann ich haben, klicke da drauf und dann öffnet sich automatisch mein Browser mit der entsprechenden Seite von Paperless NGX. Ganz wichtig an der Stelle, falls ihr Paperless NGX aus dem Internet verfügbar gemacht habt, dann funktioniert das von vornherein ohne Probleme. Wenn ihr Paperless NGX aber nur in eurem Heimnetzwerk erreichen könnt, dann könnt ihr auch diesen Link nur in eurem Heimnetzwerk nutzen. Alternativ könnt ihr natürlich auch, bevor ihr auf so einen Link klickt, euren VPN anmachen, der euch dann virtuell ins Heimnetzwerk bringt. Und auch das Thema mit dem VPN, wie man VPN also auf dem Synology NAS einrichtet und vernünftig konfiguriert, auch das ist Teil der Paperless NGX Masterclass. Okay, das mit den Links war jetzt schon mal nicht schlecht, das ist schon ganz praktisch und kann man im Alltag ganz gut nutzen. Aber jetzt legen wir nochmal eine Stippe drauf und binden Paperless NGX direkt in unser Obsidian-System ein. Das ist nicht ganz so trivial, deswegen hier noch ein paar Hinweise. Was du also dafür schon haben musst, ist, du brauchst eine funktionsfähige Paperless NGX-Instanz, zum Beispiel auf deinem NAS. Das kann ein Synology NAS sein, kann auch ein anderer NAS sein, auf jeden Fall irgendwas in deinem Netzwerk, wo Paperless NGX läuft. Wenn du dieses Paperless NGX jetzt von außen erreichbar hast, nämlich aus dem Internet, perfekt. Wenn du noch nicht weißt, wie das funktioniert, ich habe dir hier oben ein Video verlinkt, da zeige ich dir ganz genau, wie das funktioniert. Aber hier nochmal der Hinweis, du musst wirklich ein sicheres Passwort verwenden, denn wenn das von außen verfügbar ist, dann kann da auch jeder versuchen, ein Passwort einzutippen. Also wie gesagt, auf eigene Gefahr und bitte ein sehr sicheres Passwort verwenden. Es wird auch in Zukunft von mir noch ein Video geben, wie man das noch sicherer macht. Das ist auch schon geplant, kommt auch bald, aber in der Zwischenzeit nutzt einfach ein sehr, sehr langes und sehr sicheres Passwort. Dann solltet ihr hier auf Nummer sicher sein. Also die eine Möglichkeit, ihr habt Paperless NGX am Laufen mit Internetverbindung. Möglichkeit Nummer zwei ist, ihr habt Paperless NGX am Laufen, aber nur lokal in eurem Heimnetzwerk. Also zum Beispiel über eine IP-Adresse von eurem NAS zum Beispiel. Jetzt will ich euch aber nicht mehr länger auf die Folter spannen. Schauen wir in Obsidian rein, was da alles geht mit Paperless NGX. Und was ihr hier jetzt gerade seht, ist tatsächlich nicht irgendein Browserfenster, das ich hier reingezogen habe, sondern das ist wirklich innerhalb von Obsidian. Ich habe jetzt also hier innerhalb von Obsidian einen Tab, der mir mein aktuelles Paperless NGX anzeigt und zwar wirklich live. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf dem Dokument draufklicken, mir die Vorschau anschauen, dann öffnet sich das Ganze im neuen Tab. Und ich kann jetzt hier auf der linken Seite beispielsweise einen Text dazu schreiben, während ich auf der rechten Seite mir das Dokument anschauen kann. Das ist für manche Workflows richtig praktisch, sich da nicht extra ein Browserfenster öffnen zu müssen, sondern das Ganze innerhalb von Obsidian zu haben. Was auch ganz praktisch ist, ist, dass die Links, die jetzt innerhalb von diesem Dokument vorkommen, nicht mehr den externen Browser öffnen, sondern auch innerhalb von Obsidian direkt geöffnet werden in einem neuen Tab. Und was man an dieser Stelle natürlich noch kombinieren kann, ist das Ganze hier mit Layouts. Ich kann jetzt sagen, okay, das hier ist meine Paperless NGX-Layout-Funktion, speichere das Ganze ab und wenn ich jetzt mein ganzes Layout wieder kaputt mache, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, öffne ich mein neues Layout wieder, zack, habe ich alles wieder da, so wie es vorher war. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man sich verschiedene Layouts für verschiedene Tags beispielsweise erstellt, um immer schnell auf einen Blick gewisse Dokumententypen vor sich zu haben und dann damit arbeiten zu können. Da geht noch so, so, so viel mehr, aber das ist jetzt nochmal so eine aller Kürze, was man damit alles machen könnte. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man das Ganze installiert und zwar braucht ihr dafür ein Plugin namens Surfing. Ich klicke hier mal kurz drauf, so heißt das Plugin. Schaut also da gerne mal im Plugin-Store nach und ladet euch dieses Plugin herunter und wie du mit Plugins umgehst, also sie installierst und updatest, das habe ich dir im kostenlosen Obsidian-Basis-Kurs bereits ausführlich erklärt. Falls dir das Ganze jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist und du gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür hättest, dann kann ich dir nur meine Paperless-NGX-Masterclass ans Herz legen. Da werde ich in den kommenden Tagen bis Wochen eine Lektion genau zu diesem Thema veröffentlichen in den Bonus-Kapiteln, nämlich wie du Schritt-für-Schritt in Obsidian deine Paperless-NGX-Installation einbindest. Wenn du Paperless-NGX schon hast, aber noch kein Obsidian, dann schau dir unbedingt meinen kostenlosen Kurs zu Obsidian an. Da werden dir in ungefähr einer Stunde die gesamten Grundlagen von Obsidian beigebracht und du bist bereit auf jeden Fall für die Integration von Paperless-NGX in Obsidian. Wenn dir dieses Video gefallen hat und das Thema interessant findest, dann hinterlasst doch bitte diesem Video einen Daumen nach oben und schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du von dieser Integration von Paperless-NGX in Obsidian hältst. Und ja, ich würde mich sehr freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.